Advent, Advent, die Kippe brennt. Erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier, nun steht der Tone mit Tabak vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hat der Tone den StatProof bei United verpennt. Und damit würde ich sagen, einen schönen ersten Advent an euch, meine lieben Freunde. Wahrscheinlich erst bei dem Anfang überhaupt nicht lustig gewesen oder so. Heute auf alle Fälle mit dem Interviewformat, mit dem guten Tone vom Kanal I am Tabak. Ist mir eine riesige Ehre, dass du mit dabei bist. Und ja, Servus, Digga. Servus, Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Sweater. Freut mich, dass ich dabei sein darf und bin gespannt, was du mir gerade für Fragen hier vor die Nase schmeißen willst. Ja, ich würde sagen, die Standardfrage, woher kennst du mich, wer bist du, dein Kanal, wie alt bist du, etc. Was machst du so? Was mache ich so? Also, fange ich mal mit der ersten Frage an, woher kenne ich deinen Kanal. Das ist ganz einfach. Ich denke, das haben auch 90% der anderen Teilnehmer so beantwortet. Aber das war eben das erste Video, was von dir so richtig gehypt war. Und zwar, ja, warum der gute Real FIFA nicht bei United dabei, äh, bei Fatal dabei ist. Das war so das erste Video. Und dann, ich bin 22 Jahre alt, studiere gerade in München an der Form Digitale Medien und Marketing. Und mache jetzt nebenbei eben YouTube, so als Nebenberuf kann man sagen, neben dem Studium halt. Genau. Und, äh, habe vor eineinhalb Jahren Abitur gemacht. Und was mache ich sonst noch? Spiel gerne Fußball, spiele gerne FIFA, das war's jetzt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu den Community-Fragen, wie sonst auch immer. Und das war die am meisten gestellte Frage. Wie kam es zu deinem Namen auf YouTube? Ja, das dachte ich mir schon. Also, ich heiße nicht Tabak, weil ich irgendwie rauche oder sowas. Sondern, ganz im Gegenteil, das ist mein Nachname. Warte mal ganz kurz, vielleicht habe ich es sogar, ja. Ich habe hier meine kroatischen Pass dabei. Nicht, dass da meine Adresse steht. Also, hier steht ganz oben Tabako. Oh. Ja, da steht's. Ja, auf jeden Fall richtig nah. Also, es ist mein Nachname, ja. So, ich denke mal, damit hat sich das ein oder andere Mysterium über dich jetzt auch erklärt, weil, ja. Was war bisher dein bestes Erlebnis als YouTuber, fragt Erdbeerkuchen-Grüße gehen raus. Also, mein echt mit Abstand geistes Erlebnis, das war eindeutig der Tag, wo ich erfahren habe, dass ich bei United dabei bin. Oder war halt. Und zwar war das der United-Icon-World Cup. Und ich muss euch sagen, ich saß da auch mit meiner Freundin an der Couch und wir haben uns das Ganze dann angeschaut, auch, als dann die Auslösung auch angefangen hat. Und ich habe da richtig gezittert. Ich war richtig aufgeregt. Und als mir, ich glaube, Gamerbruder hat mich dann angestrieben auf WhatsApp, oder war es Anton? Einer von beiden. Und der hat mir halt die Nachricht überbracht, dass ich dann wahrscheinlich dabei bin. Und ich habe mich halt gefreut wie ein kleines Kind in Disneyland Paris. Für die Leute, die es nicht wissen, ich mache seit einem Jahr und einem Monat jetzt YouTube. Und die Nachricht dann zu bekommen nach sechs Monaten, das hat mich mega stolz gemacht. Und das war natürlich dann auch so ein kleiner Durchbruch. Ja, was sind deine Ziele privat und auf YouTube noch? Also privat, ich möchte einfach so mein Leben leben. Ich möchte meine Uni abschließen. Und auf YouTube ist natürlich der Traum, irgendwann die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Und jetzt ist es gar nicht mal so unrealistisch mehr. Vielleicht schaffen wir es noch in diesem Jahr, auch vielleicht nächstes Jahr ist ja auch relativ egal. Das ist so eigentlich so eines meiner größten Ziele, einfach auch in der FIFA-Community da Fuß zu fassen. Und generell, mich immer mit Fußball zu beschäftigen, das ist auch so mein Leben eigentlich. Das ist, keine Ahnung, seit klein auf mache ich das schon. Und ich meine jetzt gar nicht FIFA speziell, sondern einfach allgemein, der ganze Fußball. Ich bin seit klein immer auf dem Transfermarkt unterwegs und solche Sachen. Aber generell, Ziele ist einfach, dass man auch sein, vielleicht seinen Traum zum Beruf machen kann. Das mache ich ja aktuell gerade mit FIFA, mit YouTube. Aber auch so sein Leben einfach genießen und immer im Kopf behalten, dass man, also dass jeder Tag so etwas Besonderes sein sollte. Und dass man irgendwann vielleicht weg ist und dann, dass man froh sein soll, das, was man erreicht hat. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe es schlecht zusammengefasst, aber ich denke, die meisten wissen, was ich meine. Ja, ich denke mal, lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre, so ungefähr, wäre da auch so ein typischer Spruch. Wie hat es sich damals angefühlt, im Finale zu stehen? Auch eine sehr, sehr beliebte Frage gewesen. Ja, also ich habe ja gegen Julius im Halbfinale gewonnen gehabt. Das hat mir auch so ein bisschen, also das waren so gemischte Gefühle, sagen wir es mal so, weil Julius war auf jeden Fall der bessere Spieler. Ich habe halt ein bisschen Glück auch gehabt, logischerweise ja dadurch auch. Und dann im Finale zu stehen war schon, das war ein Gänsehautmoment. Also, gegen Browski habe ich ja in der Gruppenphase schon gespielt. Da waren die zwei Spiele wirklich relativ eng. Das Finale war eigentlich auch ein bisschen eng, obwohl er natürlich eher am Ende gewonnen hat, auch mit zwei Toren Abstand, glaube ich. Aber es war schon sehr aufregend und war einfach etwas Besonderes. Und mir war es persönlich wirklich egal. Ich bin da nicht mit der Einstellung reingegangen, komm, ich gewinne jetzt. Das war mir wirklich komplett egal, weil ich wusste, ich habe bis jetzt schon wirklich eine kranke Leistung vollbracht. Ich war richtig stolz auf mich und auch auf unsere Community, weil die haben mich ja von Tag zu Tag supportet. Mit Däumchen nach oben, mit Kommentaren und, und, und. Und dann mit der kroatischen Mannschaft an dem Finale zu stehen bei so einem Turnier, das war schon was richtig Phänomenales. Muss man sagen. Definitiv. Der Egi2000 fragt, gehst du eigentlich ins Fitnessstudio? Ja, also kann ich euch eine Story dazu erzählen. Also ich gehe eigentlich, sagen wir die letzten vier Jahre, war ich eigentlich so fünfmal, viermal die Woche im Fitnessstudio. Außer jetzt seit acht Monaten, weil ich jetzt eine Bauchverletzung hatte. Ich hatte so eine OP wegen meinem Bauchnabelbruch und so einen Schmarrn halt. Und jetzt gehe ich seit acht Monaten nicht mehr ins Gym. Das sieht man leider auch ein bisschen. Ich war davor ein bisschen besser am Start, sagen wir es so. Aber, mein Gott, jetzt ist YouTube halt eben gerade der Ausgleich. Fußball spielen kann ich auch noch gerade nicht. Muss noch ein bisschen warten. Aber bald, ich denke mal so zwei, drei Monate, sollte es wieder soweit sein. Dann kann ich wieder ins Fitness gehen und dann werde ich auch wieder Gas geben. Und zu Glück gibt es ja auch so eine Art Memory-Effekt, dass man dann schnell wieder zurückkommt zur Leistung, wo man mal war. Dauert halt nur ein bisschen. Ja, da sollten sich vielleicht mal andere Leute beispielen. Also nehmt ihn euch zum Vorbild. Auf alle Fälle gute Besserung bei der kompletten Sache. Vielen, vielen Dank. Official, Janik fragt, was unterscheidet dich von anderen FIFA-Youtubern? Also viele sagen auch, dass ich so eine, also es hat auch zum Beispiel Pato gesagt, dass ich so eine kleine Marktlücke entdeckt habe in der FIFA-Szene. Wenn man das so sagen kann, ich mache halt gerne so Predictions auch. Damit bin ich auch in Anführungszeichen groß geworden. Ich habe nämlich die Team of the Week Prediction so für mich entdeckt. Das mache ich halt letztes Jahr von Tag 1 bis zum Ende halt. Sprich, jede Woche am Montag um 15 Uhr kommt bei mir die Team of the Week Prediction. Und dieses Jahr habe ich es bis jetzt halt auch durchgezogen und ich werde es auch bis zum Schluss durchziehen. Und das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied, dass ich halt eben auch nicht nur FIFA-Spiele, nicht nur Fake-Operings vielleicht mache, sondern ich beschäftige mich auch zum Beispiel mit Transfers, was jetzt im Winter kommen wird. Viel mit dem echten Fußball, sagen wir es so. Und kombiniert das Ganze mit FIFA. Ich glaube, das ist so der kleine Unterschied zu vielleicht den anderen YouTubern. Schenja Wolk fragt, warum so sexy Prater? Schenja, Kuss geht raus, ich liebe den Jungen. Und ich weiß nicht, vielleicht weil du mein Daddy bist. Kappa. Maxi 178 fragt, was erhoffst du dir dieses Jahr von deiner United-Teilnahme? Hm, okay, das ist auch eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr war ich besser in FIFA, finde ich zumindest, was auch zum Beispiel die Weekend League angeht. Ich habe dieses Jahr selten Elite erreicht, mehr Gold 1. Zwar bin ich so ein Standard-Gold 1-Spieler, ich erreiche jedes Mal Gold 1, aber immer so 22 Siege, 21 Siege, mal auch 23. Aber bin ich ganz zufrieden. Deswegen gehe ich auch mit einer anderen Einstellung jetzt bei United rein. Letztes Jahr war ich so ein Underdog. Keiner wusste, wie ich spiele jetzt. Naja, ein paar kennen mich jetzt halt. Aber, ja, was soll ich sagen, ich gehe jetzt da nicht mit der Einstellung rein, dass ich da gewinnen werde. Ich bin jetzt mit Pato in der Gruppe, ist ein mega guter Spieler. Ich bin mit Schenja, meinem Brattern in der Gruppe, ist auch ein guter Spieler. Und dann noch mit Benji. Und ich finde, das ist eigentlich somit die ausgeglichenste Gruppe, die es bei United gibt. Jeder hat eigentlich eine Chance, weiterzukommen. Deswegen wird es so ein 50-50-Ding, jedes Spiel im Endeffekt. Und wenn ich es schaffe, dann ins Viertelfinale zu kommen, dann bin ich schon mega stolz auf mich. Und mal schauen. Ich werde auf jeden Fall alles geben. Das wissen meine Leute sowieso. Ich bin so richtig, auch beim FIFA-Spielen, ich bin einfach so ein richtig emotionaler und ehrgeiziger Spieler. Auch wenn ich gegen Benji spiele und ich weiß vielleicht, da steht eine große Cruelty hinter ihm. Ich werde trotzdem alles geben. Ich werde richtig mich reinsteigern und am Ende versuchen, das mit nach Hause zu nehmen. Aber ob es dann gelingt, ist dann eine andere Geschichte. M1KA fragt, hast du auch Kontakt mit YouTubern außerhalb der FIFA-Szene? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich, also mich kennen vielleicht auch ein paar von der COD-Szene. Weil ich habe vor fünf Jahren auch mal ganz viel COD gespielt. Habe auch teilweise YouTube-Videos gemacht damals. Das ist jetzt schon über viereinhalb, fünf Jahre her. Und da war ich im Apokalypto-Clan. Deswegen kenne ich die ganzen Jungs, ApoRed, KS-Freak, Steel. Steel ist übrigens auch heutzutage noch ein richtig guter Freund von mir. Also Kutito, oder ihr kennt ihn wahrscheinlich unter Steelbree, macht Fortnite-Videos. Marcel Scorpion kenne ich noch. Auch Vizka Baas ist ein guter Freund von mir. Marcel sehe ich übrigens auch ab und zu in München, wenn er vorbeikommt. Und eigentlich kenne ich die ganzen Real-Life-YouTuber, die aber früher COD-Videos gemacht haben. Sprich, die ich halt gerade aufgezählt habe. Und ansonsten überlege ich gerade. Und ich bin halt mit denen so ein bisschen auf WhatsApp in Kontakt. Die einen oder anderen sehe ich mal auch so in Real-Life. ApoRed zum Beispiel habe ich schon seit Längern keinen Kontakt mehr gehabt. Aber man kennt sich halt. Ja, kann das schon von euch sagen? Nee, ApoRed auf jeden Fall. Also ich glaube, das habe ich mal damals gesehen. Bei Klängern, der hat so analysiert, wie ApoRed früher war. Und da hatte der dich noch in seiner Kanalbeschreibung. Das ist heftig. Ja, genau. Das ist heftig. Ja, ApoRed und ich waren... Ich kann euch hier kurz eine Story erzählen. Ich hatte einen YouTube-Kanal, der hieß Tabak HD Gaming. Auf jeden Fall habe ich ApoRed dann damals angeschrieben, weil ich habe gesehen, er macht coole MB3-Gameplays. Und da habe ich ihn mal geschrieben. Er hatte so, glaube ich, schieß mich tot, 1000 Abonnenten. Ich hatte 2500 oder so. Ich hatte auf jeden Fall mehr Abos als ApoRed damals. Da habe ich ihn gefragt, hey, darf ich mal ein Gameplay von dir benutzen, damit ich dich auch ein bisschen pushe. Damit wir uns gegenseitig helfen. Cooles Gameplay. Dann kommentiere ich drüber. Macht er auch ein paar Abos. Und dann sind wir dazu im Schluss gekommen, nach ein paar Monaten, dass wir zusammen einen Clan machen. Und er war dann so der Leader und ich war dann so der Zweitgrößte im Clan. Und dann hat sich das so entwickelt. Zeiten ändern sich. Letzte Community-Frage. Beziehungsweise ist es gar keine Frage. Bennett 0508 sagt, nix kritisches, feiere euch beide. Danke an der Stelle. Soll ich mal mit reingehen? Danke, Bennett. Ja, und jetzt kommen wir zu meinen Fragen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich halte mich fest. Halte dich fest. Auf jeden Fall. Ja, Tabak. Footbin hat mich gerade angerufen. Sie wollen Ihre Prediction und Ihre SBC-Lösung zurück. Kann ich ganz einfach beantworten. Meine Prediction kommt immer früher als bei Footbin. Easy an der Stelle. Und die SBC-Lösung? SBC-Lösung ist dann, also da muss man natürlich sagen, da schaut sich jeder YouTuber ein bisschen was ab. Das ist klar. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video mache, wo ich eine SBC löse, dann schaue ich davor mal bei Footbin nach. Das ist klar. Packs Prediction SBC, ist dein Content etwas Besonderes? Ähm, ich, also, ich würde schon sagen, dass es was Besonderes ist. Ich denke, sonst hätten auch nicht ein paar Leute mich abonniert. Aber zum Beispiel, ob jetzt eine SBC, SBC was Besonderes ist, das stimmt. Es ist halt ein Content von EA, von FIFA. Und ich bringe da zum Beispiel eine Lösung dazu. Aber Predictions ist schon eine Sache, wo ich sehr, sehr viel Arbeit reinstecke. Sagen wir zum Beispiel ein Team of the Big Prediction. Da sitze ich meistens vier bis fünf Stunden einfach nur am Schreibtisch. Und zwei Stunden davon sind zum einen Recherche. Rausschreiben, alles auf den Blog schreiben. Und danach das ganze Video wiedergeben. Und dann auch schneiden. Das sind ungefähr 1000 Cuts, gefühlt. Also es ist schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Siehst du einen Wettstreit in der Trading-Szene aktuell? Absolut gar nicht. Also ich hatte mal kurz echt eine Phase lang Angst, weil ich kannte die ganzen Jungs nicht. Auch Smagsy und Markus und so. Und wir sind alle wirklich gute Freunde. Haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe und sind echt gute YouTube-Kollegen geworden. Wir tauschen uns gegenseitig aus, geben uns gegenseitig Tipps. Was können wir investieren? Und ich finde wirklich, das ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich habe jetzt vor allem auch mit den Jungs. Die anderen Trader kenne ich auch nicht unbedingt. Ihr wisst schon, die anderen Jungs, die habe ich mal so auf der Gamescom oder so gesehen. Habe jetzt nicht wirklich Kontakt mit denen. Aber vor allem mit Chris und auch Corsa ist es echt eine super Harmonie, eine Homo. Und wir helfen uns da gegenseitig. Ja, ich muss sagen, ich habe viele Leute nach einem Bild von dir gefragt. Also was sie so von dir denken und sie sagen, dass du sehr leise bist. Also beschweren sich deine Nachbarn eigentlich, dass du eigentlich zu leise bist? Und sie denken, dass du gar nicht existierst? Echt? Haben das echt welche gesagt? Ja, also die schätzen dich da nicht so ein. Achso, ja, wahrscheinlich wegen meinen FIFA-Pack, also wegen meinen Pack-Openings. Weil da bin ich immer so einer, der sich so nicht nach außen freut, dass er rumschreit, sondern bei mir kommt das alles nach innen rein. Das ist einfach die Erziehung bei mir, dass ich immer versuche, relativ leise zu sein. Weil wir haben oben Nachbarn, die beschweren sich das eine oder andere Mal. Und deswegen versuche ich da ein bisschen so vorsichtig zu sein. Von 0 zum United-Finalisten. Was ist dein Erfolgsrezept? Weil mich fragen immer viele Leute, ja, sag doch mal, wie kann ich meinen Kanal verändern und so. Was gibst du da den Leuten da draußen mit? Also ich muss sagen, ich bin immer so ein ehrgeiziger Typ gewesen und immer so ein Suchtmensch. Also es klingt jetzt auch vielleicht schlecht, aber ich hatte nie eine Spielsucht oder so einen Schmarrn. Oder Alkohol sowieso nicht. Ich trinke nämlich nie Alkohol. Nur ein bis zweimal im Jahr. Sondern ganz im Gegenteil, ich bin so ein Suchtmensch. Zum Beispiel, wenn ich Yu-Gi-Oh! spiele, klingt jetzt dumm, aber es ist so. Wenn ich Yu-Gi-Oh! gespielt habe, habe ich immer versucht, so das beste Deck zu haben. Bin auf Turniere gegangen, ich habe Pokémon gespielt wie kein anderer. Also nicht gut wie kein anderer, sondern einfach richtig viel Zeit reingesteckt. Und man muss auch bei YouTube einfach am Anfang auch vor allem eine sehr gute Qualität liefern. Am Anfang wird man natürlich nicht die beste Quali haben. Das wird von Zeit zu Zeit besser. Vor allem, was den Schnitt anbetrifft und uns, da habe ich auch dazugelernt. Aber das Wichtigste ist in meinen Augen Kontinuität, viel Zeit reinstecken, Liebe. Und das Ganze nicht wegen Geld machen, sondern einfach aus Hobby. Weil man daran Spaß hat und nicht mit der Einstellung gleich reingehen, dass man da Geld verdienen will. Weil ich glaube, dann klappt das eben nicht. Wie stehen deine Eltern dazu, dass du mit YouTube Geld verdienst? Sind die da eher so skeptisch? Und haben die schon mal dein Content gesehen? Ja, so meine ganze Familie schaut gefühlt meine Videos. Auch die in Kroatien da hinten auf der anderen Seite. Verstehen da zwar nichts, aber ja, schauen das trotzdem. Ich bekomme dann nur von meiner Mutter zum Beispiel mal die Tipps, hey Tone, du redest immer zu schnell. Das sind dann so Sachen, die man nicht unbedingt hören will. Immer diese, ja, ich weiß es immer besser als du. Aber nee, mein Vater und meine Mutter, die sehen, also mein Vater ist so ein bisschen so stolz auf mich, kann man so sagen. Dass ich so ein bisschen was erreicht habe quasi, dass ich ein paar Follow-Wides mittlerweile schon habe, was wirklich der Wahnsinn ist. Grüße gehen raus an die Leute, die auch von mir kommen. 87.000 Menschen, das ist einfach krank. Kann ich mir wirklich noch nicht vorstellen. Also ich kann es mir selber noch nicht ausmalen, wie das, also ihr wisst euch, Mann. Und ja, also die Eltern stehen eigentlich so total neutral, finden das cool, beobachten das Ganze. Und es ist halt eigentlich sowas, was man noch nicht kennt auch, ja. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, dass die da so dahinter stehen, muss ich einfach dazu sagen. Ich glaube, um es dir vorzustellen, wenn du schon mal in einem Fußballstadion warst, ja, das sind sehr viele, viel kleiner als 87.000 beispielsweise. Also da, auf alle Fälle dicken Respekt von meiner Seite aus. Ja, vielen, vielen Dank. Hast du damals Gamer Brother beim United World Cup bestochen wegen deiner Nation? Ja, habe ich. Ich habe ihn 1.000 Euro geschickt von dem Geld, was ich nicht habe. Nein, natürlich nicht. Also ich habe mich, das ist auch das, was ich von erzählt habe, da saß ich mit meiner Freundin auf der Couch, wo auch die Auslosung war. Und da habe ich wirklich gezittert ohne Ende. Ich wusste nichts davon, das schwöre ich euch. Und ja, war einfach eine Überraschung. Und dass es dann Kroatien wurde, war halt eigentlich perfekt für mich. Chic-Style kann man das einfach so nennen, muss ich einfach sagen. Absolut, man wirklich so geil. Es war ein Traum. Wie relevant würdest du dich in der Szene einschätzen? Boah, keine Ahnung. Also die Frage zu beantworten ist schwierig. Es gibt die Jungs, also es gibt die Crew natürlich, die sind halt die Nummer 1 absolut. Viel FIFA kommen auch noch dahinter. Oder dazwischen, das ist ja wohl, aber ich habe da keine Kategorisierung. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall einer, der jetzt mittlerweile schon eine große Reichweite hat. Das ist keine Frage. Aber das ist eine schwierige Frage. Also kann man jetzt auch so als Person jetzt nicht wirklich beantworten. Ich bin auf jeden Fall nicht irrelevant, aber auch nicht der relevanteste Team. Wie viel an deinem United-Team ist eigentlich gefakt? Eigentlich zehn Spieler von elf. Ne, fisch. Außer meine Icon halt. Und selbst der hat er noch bei der Wahl bestochen wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe mir tatsächlich statt der Prime-Seedorf halten die nur einen Mittlere genommen. Da habe ich mir ein bisschen Trinkgeld gegeben. Ja, easy. Nein, mal Spaß beiseite. Wie stehst du zu der ganzen United-Team-Building-Sache gerade in Anbetracht dessen, was aktuell so, ja, ein kleiner Umschwung, glaube ich, so auch bei den Zuschauern herrscht? Ja, also ich kann dir auch sagen, ich musste da auch so ein bisschen drunter leiden dieses Jahr. Auch wegen der Sache mit Finjes, weil ich hatte mal eine Folge, das hattest du auch im Video mal erwähnt gehabt. Da hat mein Gegner, das war der erste Gegner, glaube ich, in der Folge. Oder war es der zweite? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hat er, ja, irgendwann nicht mehr weitergespielt. Hat sich nur noch die Tore selber reingeschossen. Mehr oder weniger, weil er nicht hingegangen ist. Ich habe es aber so gewertet, dass es nur ein Rage-Good war. Boah, schöne Mahlzeit. Und ich denke, da wird auch in Zukunft was bearbeitet werden. Das habe ich auch so ein bisschen raushören können von Brodsky aus seiner WhatsApp-Nachrichten oder so, aus der Gruppe. Weil zum Beispiel auch ein Keller, dem ist es auch passiert, also dem Steini und den vielen anderen Kollegen auch, die mittlerweile damit zu kämpfen haben, dass da Leute sind in der Lobby oder im Spiel halt, die sich, ja, die es nicht ernst nehmen, die halt wegen Phineas da ein bisschen auch jetzt, ja, ein bisschen schmarrn machen. Finde ich nicht so cool. Finde ich echt nicht cool und es gehört auch nicht in so ein Turnier eigentlich. Da müssen wir irgendeine Lösung finden. Ich persönlich habe eine, aber die werde ich wahrscheinlich mal in einem Einzelvideo vorstellen. Da feile ich gerade eben noch ein bisschen dran. Ja, das ist ja super auch. Den Entwurf kann ich da auf alle Fälle mal vorstellen. Ich persönlich finde es aber ein bisschen gut sogar, dass das passiert ist, weil, ja, ich denke mal, das hat einiges so gezeigt und es zeigt auch mal, dass vielleicht mal ein bisschen was Neues so passiert. Finde ich vielleicht deswegen nicht schlecht. Hat man da eigentlich so, nachdem das alles passiert ist, mit Phineas auf WhatsApp mal geschrieben oder ist man da eher so, ja, ist distanziert geblieben? Ja, also ich kann nur sagen, ich habe Phineas an der Gamescom betroffen und ich habe ja absolut nichts gegen Phineas. Ich finde Phineas, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, ist ein sympathischer Kerl und wir haben uns auch die Hand gegeben an der Gamescom. Wir waren dort bei den Athleten, das ist unser Netzwerk und dort haben wir uns getroffen. Die haben Fußball gespielt, die Jungs. Phineas hat halt für sich aufgenommen. Am Ende hat er mir noch gesagt, ja, wir steigen mal auf Hotzip oder so. Also ganz korrekter Typ halt, ganz normal. Und ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass er denkt, dass er was Besseres wäre, nur weil er halt mehr Abonnenten oder sowas hat. Sowas ist ja mir immer ganz wichtig. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mit ihm nicht gestiegen auf Hotzip, um auf seine Frage zurückzukommen. Kein Kontakt jetzt, nein. Mit wem würdest du niemals was aufnehmen? Es gibt keinen YouTuber in der FIFA-Szene, der mir jetzt einfällt, den ich nicht mag oder den ich hassen würde oder so. Deswegen würde ich jetzt nie Nein sagen zu irgendjemandem. Es gibt halt ein paar, mit denen komme ich halt, also mit denen habe ich gar keinen Kontakt erstens. Und ich komme nicht auf die Idee, mit denen auch jetzt aufzunehmen, jetzt aktuell. Genau. Aber ich habe jetzt keinen, den ich jetzt hasse oder sowas sowieso nicht. Gehört nicht auf die Welt und gehört auch nicht auf YouTube oder sonstiges, finde ich. Findest du, dass du manchmal vielleicht ein bisschen zu freundlich bist? Manche schreiben das in die Kommentare, aber ich sehe das nicht so. Ich bin halt ein sehr dankbarer Mensch. So wurde ich auch wieder erzogen halt. Und ich sage auch tausendmal Danke, wenn mich jemand zum Essen einlädt. Das ist ganz normal bei mir. Das werde ich auch nicht ändern, weil ich halt so bin einfach. Was für Specials könntest du dir noch vorstellen, also so von Videoarten? Specials, also zum einen vielleicht mal so ein cooles Best-of. Ist jetzt zwar nichts richtig Specials, aber finde ich schon schön, wenn man die schönsten Momente in einem Video so zusammenschneidet. Finde ich schon was Besonderes für mich. Und spontan, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall kein Rapper. Da werde ich nichts machen. Dahingehend, vielleicht mal, ich finde diese Videos von Inscope ganz geil, wo man so nachdenkliche Texte sagt, wo es auch ein bisschen so... Also in die Richtung, das finde ich cool, so was mal. Vielleicht kann ich mir so was mal vorstellen, ja. Also könntest du dir jetzt nicht... Du weißt, was ich meine, oder? Also könntest du dir jetzt nicht vorstellen, mit Apparat einen Track aufzunehmen? Ne, so ein Barberwagen 2.0 mit meinem 1er BMW. Nein, ich glaube nicht. Oder sowas wie Bitch, ich ziehe eine 90-Icon oder sowas. Du kannst dir ja so eine Cover-Idee überlegen, ob du ihn dafür vielleicht ein bisschen ködern kannst. Ja, kann man sich überlegen. Ich werde ihn später mal fragen. Schauen wir mal. Ja, da jetzt ein bisschen die Weihnachtszeit ist, ist einfach mal so die Frage, wie wirst du Weihnachten verbringen? Also meine Familie kommt zu uns nach Hause. Bei uns ist es so, ein Teil von mir wohnt in München und ein Teil halt auch in Kroatien. Aber ja, die meisten sind halt hier. Wir kommen alle wahrscheinlich zusammen hier in unsere Wohnung und werden dann zusammen Weihnachten feiern. Davor gehen wir meistens dann immer so zwei Stunden in die Kirche. Das ist immer richtig lange, aber da muss man durch. Meistens tun mir dann irgendwann die Beinchen weh, weil da alles schon sitzen und wir kommen immer zum Schluss. Aber ja, danach gibt es immer schönes Essen. Ich weiß gar nicht, was es zu Weihnachten bei uns immer gibt. Das verwechsel ich immer, glaube ich, mit den 26. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, Ente oder sowas. Ich freue mich drauf, weil ich finde es immer richtig nice. Jedes Mal, wenn irgend so ein Geburtstag ist, dann ist alle wieder zusammenkommen. Und was aber ich jetzt schon weiß, dass immer alle sagen werden, hey Tone, wie hast du das gemacht mit YouTube und so? Das kann ich mir, das werde ich immer tausendmal gefragt, wenn ich immer wieder neue, also immer wieder die Leute sehe. Und da muss man immer das Gleiche beantworten. Ja, das ist für viele Leute, sage ich mal, ein bisschen was anderes, die nicht aus dieser Generation kommen. Zum Beispiel für dich und für mich ist es vielleicht sogar normal, dass es Leute gibt, die damit ihr Geld verdienen oder dass es da Leute gibt, die groß werden. Aber für viele ist das halt einfach noch ein bisschen unfassbar, wenn man das einfach so an der kompletten Sache sagen kann. So beispielsweise. Ist was. Und ich habe mir mal die Folge überlegt, wir machen mal was, um dich vielleicht mal so ein bisschen als Person näher so kennenzulernen. Weil, ja, zum Beispiel, was ist deine Lieblingsmusik, was du auch zum Beispiel sehr gerne? Also ich höre eigentlich zurzeit nur Deutschrap. Ich höre eigentlich alles von Luciano, da gehe ich jetzt aufs Konzert bald in München. Und Capital, jetzt zurzeit ist ja nicht mehr so, also ja, habe ich vor kurzem mal ein bisschen mehr gefeiert. Aber eigentlich alles, was Deutschrap betrifft. Ich habe jetzt keine speziellen Interpretäten, alles klar, sondern ich höre halt einfach auch damals noch Bushido. Also damit habe ich angefangen eigentlich und bin auch darauf hängen geblieben. Also vor allem Deutschrap. Deutschrap ist bei dir so ganz oben. Das ist auf alle Fälle stark. So. Welchen ApoRed Track fandest du denn am besten? Ich fand... Warte mal, jetzt ganz kurz. Ich fand glaube... Also ich fand ja nicht alle nice, das ist auf keinen Fall, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es gab... Mir fällt aber jetzt glaube ich der Track... Ich weiß... Jana Habibi war glaube ich ganz nice. Ja. Wobei es aber glaube ich eins gab... Ich kann aber gerade die Namen nicht alle aussehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Uh. Also hoffen wir nicht, dass er das da an der Stelle ist. Nee. Nee, das wäre gar kein Schleswig. Glaub mir. Mit Red bin ich eigentlich auch noch gut. Und wenn ich ihn auch so sehen würde... Wenn mir Songs nicht gefallen, dann würde ich es ihm auch so sagen. Was ja auch so der Fall ist bei den alten Songs. Aber er hat sich immer verbessert, muss man sagen. Findest du das andere? Jetzt hat er schon lange nichts mehr gemacht. Ja, das stimmt schon. Hast du schon mal Fortnite gespielt? Ja, ich habe tatsächlich Fortnite gespielt, wo es ganz am Anfang herausgekommen ist. Das habe ich auch schon so ein bisschen gesuchtet. Ich glaube die ersten zwei, drei Monate war ich auch nicht schlecht, weil ich früher auch in Call of Duty gut war. Weil ich da halt gefühlt mein ganzes Leben reingesteckt habe früher. Und ja, Fortnite habe ich am Anfang ein bisschen gespielt, aber danach halt gar nicht mehr. Jetzt mittlerweile schon seit, glaube ich, fünf, sechs Monaten nicht einmal angefasst. Du warst ja früher mal COD-YouTuber. Da waren immer solche Realtalks so am Start. Und gibt es die noch auf YouTube? Ich habe noch ein paar privat. Die gibt es teilweise. Also ich habe zum Beispiel noch Dual-Commentaries mit Red oder mit Steel. Aber die meisten habe ich auch gelöscht, die Videos. Ja, erzähl mal so eine kleine Real-Life-Story, die du mal früher rausgehauen hast. Ich denke mal, das interessiert auch immer sehr viele. Ja, achso, wie meinst du? Okay, die habe ich immer meinen besten Freund aufgenommen, mit dem Gabriel. Äh, ja, was haben wir da jetzt? Also wir haben, eine lustige Story war, also ich habe viele Storys, das habe ich auch teilweise im Stream erzählt. Aber eine lustige Story war zum Beispiel, was darf ich jetzt veröffentlichen hier auf YouTube? Zum Beispiel waren wir mal in Kroatien. Wir waren ganz alleine dort im Haus. Und der war, glaube ich, 14, 15 Jahre alt. Also er war 15, ich 14. Und wir hatten da so einen Nachbarn. Besser gesagt, der war immer da auf dem Bolzplatz. Und alle haben immer gesagt, das ist voll der Mafioso. Sein Vater ist irgendwie so ein Mafia-Boss oder so ein Schmann halt. Irgendein Bullshit haben sie erzählt. Und dann chillen wir zu Hause. Und wir waren immer so ein bisschen ängstlich, weil wir haben zu der Zeit viele Horrorfilme geschaut. Und plötzlich hören wir sowas im Garten. Und wir gehen beide in die Küche, nehmen das größte Küchenmesser jeweils mit. Und dann gehen wir so raus mit zwei Küchenmessern, machen so die Tür auf. Und dann sehen wir plötzlich, am Gartenschlauch ist so plötzlich der kleine Sohn von diesem Mafia-Boss angeblich. Und trinkt halt da so Wasser und sagt so, hä, Jungs. Und wir stehen so mit Messern da und schauen ihn so an. Und dann dachte er sich wahrscheinlich, okay, was jetzt ist. Ja. Also solche Sachen haben wir damals erzählt halt in den Storys. Schon länger her. Ja. Ich würde jetzt sagen, das wird auch so die letzte Frage gewesen sein. Ich muss dazu sagen, hast dich echt gut geschlagen. Mega sympathisch übergekommen. Hast auch mal am Ende ein bisschen Realtalk etc. gesprochen. Ich habe immer so gedacht, die Real-Life-Story interessiert eigentlich mal viele Leute. Weil das ja so für FIFA-Youtuber eigentlich mal gar nicht so bekannt ist. In Anführungszeichen. Du ja aus dieser Szene einfach kommst. Ich muss sagen, bist auf alle Fälle, vor allen Dingen auch spieltechnisch, eine Bereicherung für die Szene. Was ich jetzt persönlich sage ich dir, ob ich jetzt die Team of the Week Prediction schaue oder nicht, das ist da jedem selbst überlassen. Aber ich weiß selber, dass da verdammt viel Arbeit drinsteckt. Ich habe das früher auch mal ein bisschen gemacht. Und da immer rauszusuchen, wer hat hier Tore geschossen, wer wurde da gut bewertet. Auf alle Fälle auch Respekt da von meiner Seite, muss ich einfach so sagen. Viel Erfolg in United definitiv. Mal schauen. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich also am nächsten Tag eine Prediction rausgehauen. Dann kannst du mal gerne gucken, wie du da so in der Gruppe bei mir abgeschnitten hättest. Und ja, beziehungsweise das Video wird dann schon am Dienstag online gekommen sein. Ich muss sagen, danke, dass du mit am Start warst. Würde mich freuen, wenn du in der zweiten Staffel mit dabei bist. Und ja, die letzten Worte gehören dir. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ja, also ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir das dann wieder machen. Mir hat das mega, mega viel Spaß gemacht. Auch an meine Leute, die jetzt hier sind, lasst gerne einfach einen Daumen nach oben da. Support den Splatter. Er hat jetzt mittlerweile schon fast die 10K. Macht ihr gerne voll, wenn ihr Bock habt. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Mega cooles Konzept. Ich habe mir bis jetzt jede Folge angeschaut. Auch die letzte jetzt vom Pato. Fand ich mega cool. Und auch mal sehr interessant auch zu sehen, was zum Beispiel bei dem Pato da vorgeht im Kopf. Bei den Videos oder auch bei anderen Leuten. Deswegen supportet das Ganze, Jungs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Ciao. Ciao, Jungs. Schönen ersten Advent noch. Schönen ersten Advent noch.